So, da sind wir wieder zurück mit der nächsten Aufgabe. Wir sollten ja das Gerät etablieren, dann sollten wir 10 Kills machen. Das hier könnte jetzt, wenn ich Glück habe, mein 10. Kill werden. Ich will nur wissen und bzw. euch zeigen, was danach da kommt. Zack. Da war ich zuvor eigentlich. Naja doch, ist der 10. Willkommen im Team, Schleifengänger. Du erhältst in Kürze deine erste Mission. Okay, mehr müssen wir nicht machen. Also wirklich nur die 10 Kills machen und das war es dann eigentlich schon für heute. Die nächsten bekommen wir halt erst in 3 Tagen. Oh Gott, so lange noch warten. Aber die Zeit kriegen wir schon irgendwie rum. Aber denkt dann einfach, denkt dann, dass ihr definitiv den Modus 0 bauen nehmt. Also wenn ihr bauen müsst, macht ihr was verkehrt. Also macht entspannt eure 10 Kills und ich denke mal, das sollte auch jeder hinkriegen. Bei dem einen dauert es halt ein bisschen länger, aber der eine ist vielleicht schon wie ich jetzt in 2 Runden fertig. Ich hatte in der ersten Runde 8 Kills. Jetzt habe ich irgendwie keine Gegner gefunden, aber die 2 Kills auch noch gemacht. Und ich denke mal, so werdet ihr das Ganze schaffen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Aufgaben und haut rein.